Liebes Publikum, auch die Cello-Gruppe der mittelsächsischen Philharmonie möchte Sie ganz herzlich grüßen. Wir haben für Sie ein kleines, aber sehr feines Stück der europäischen Salonmusik vorbereitet, nämlich einen Ausschnitt aus Antonin Dvorak's Humoresque. Wir hoffen, Sie bald alle wieder gesund und munter hier begrüßen zu dürfen. Es spielen für Sie unsere Solo-Cellistin Anja Pyroshkova, Lilia Jatschawa und Michael Fallenstein. Wir hoffen, Sie bald alle wieder gesundheitlich. Amen. Amen. Amen.